Am Schluss gibt es ein traditionelles Lied, ein Tanzlied. Und zu diesem kleinen Lied noch eine Geschichte dazu, nämlich ein Freund von mir aus Bisacquino hatte mir erzählt, dass dieses Lied mit dem Titel Abbalati, ihr solltet tanzen, das ist imperativ. Dieses Lied wurde jedes Jahr in Bisacquino gespielt, weil da gab es jedes Jahr ein Fest, nämlich die Einwohner von Bisacquino, die hatten diese wunderschöne Gabe, das schönste und beste Messer herzustellen. Und dann gab es ein Fest und das schönste, besser gebautes Messer wurde mit einem Preis gekrönt und man hat alle zusammen gegessen, gefeiert und dieses Lied getanzt, 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 bis der Arzt kam. Dann später leider ist dieses wunderschöne Ritual, dieses Ritual ist in Vergesslichkeit geraten worden, weil es kam die Krise und alle Männer aus Bisacquino gingen Immigrant. Angeblich sind sie alle nach Sollingen gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber uns bleibt dieses Tanzlied und vergessen Sie nicht, wenn Sie Geld brauchen, Liebeskummer haben oder gerade verliebt sind, tanzen Sie, das hilft sehr. Musik 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Musik Schau, 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 wundervig, ganz schau, schau, schau. Musik 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 Musik